Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und heute geht es um die Wurst und zwar ist es ein Achievement, das wir hier in Drustwar haben und zwar uns zu erkunden und dann Battle for Assert. Und zwar ist das hier der Erfolg, es geht um die Wurst und für diesen müssen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Würstchen aus Drustwar besorgen und essen. Und ich bin hier schon beim ersten Händler, der uns da schon mal 4 von denen verkauft und zwar bin ich bei den Koordinaten 55, 43 hier im Fallhafen. Und dort haben wir den Elias und der verkauft uns, also hier schon ziemlich mitten im Platz quasi, der verkauft uns 4 von diesen Würsten. 1, 2, 3, 4 und ich würde sagen, die essen wir jetzt mal. Ja, die sind auch alle hier handelbar, also theoretisch könnte man wahrscheinlich auch alle Würste im AH kaufen. Ich habe jetzt mal für, wer hat auch nachgeguckt, einige Hordler haben geheult, dass man sie quasi schwer bekommt. Heißt, wenn ihr auf der anderen Fraktion seid, dann könnt ihr die sicher auch alle im Auktionshaus kaufen, sollte, ja, solltet ihr bei eurer Seite quasi die Händler nicht finden. Ich werde jetzt hier nur die Allianz-Seite beleuchten, weil ich das mit dem Allianz-Jab mache. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir zum nächsten weiter. So, den nächsten Händler haben wir an der anderen Seite von Drustwar und zwar hier ganz unten in dem Lager. Ich bin jetzt etwa bei den Koordinaten 26, 71 und dort haben wir hier in dem Haus drin die Alina und die verkauft uns quasi noch eine Wurst. Und zwar, wo haben wir sie denn? Welche brauchen wir denn noch? Also, Wildschwein, hier, das brauche ich noch. Zack, so, jetzt brauchen wir nur noch eine einzige. Und dahingehend werden wir einmal nach Boralus durchstarten. So, dann sind wir in Boralus angekommen. Ich hatte mich hier ein bisschen geirrt. Die letzte Wurst, die wir nämlich noch brauchen, die Herzbahnhexenwurst. Die kann man nicht beim Händler lernen, das ist nämlich ein Kochrezept, sondern das ist ein spezielles Rezept, das im Kronsteig-Anwesen droppt. Und zwar bei diesem Schweineboss, der da stationär festsitzt quasi. Und hier ist es so, dass man die, wenn dann im Auktionshaus kaufen kann, das Rezept oder halt auch gleich die fertige Wurst. Beziehungsweise, man kann natürlich auch den Drop in der Instanz kriegen. Ich mache es jetzt einfach mal so. Ich kaufe mir jetzt eine Wurst im Auktionshaus und esst die einfach. Das ist der einfachste Weg. Das würde ich euch auch raten. Wenn ihr natürlich zufällig das Rezept habt, dann könnt ihr auch, wie ihr jetzt seht, relativ gut Kohle machen. Weil anscheinend machen mehrere Leute dieses Achievement. Und da hauen Leute so ein gammliges Kochding, was hier nicht mal Stats gibt für 200 Gold ins Auktionshaus. Ihr seht, ich habe hier mein Achievement. An der Weite kriegt man es meines Wissens nach nicht her. Also es muss einfach jemand das Kochrezept haben. Und jetzt die Anfangszeit von dem Addon wird es wahrscheinlich nur relativ teuer sein. Wobei 200 Gold, naja, hat einer ein bisschen Gewinn gemacht. Man gönnt es ihm doch. Gut, das war es mit dem Achievement. Damit sind wir durch. Wir haben wieder schicke 5 Punkte mehr. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Cilla. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.